Wenn man von Männern nicht spricht und man nicht glaubt, wird es gesagt, dass Männern nicht sind fünf Menschen, die glaubt, dass sie eine Ratung verdienen mit Wolken. Oder so wird es gesagt. Ich glaube über die Jahre, dass Johnny all sagt, dass man ein Männern nicht sind oder ein Anabaptist zu sein. Ich glaube, wir müssen ein Klima abpassen, dass wir nicht das Artig verstehen können, und auch, dass wir reich und sein, dass das Grund lehrt ist. Menno Siemens hat in der Versch, was ihm sehr wertvoll wäre. Und er redet von dieser Versch, sehr färgen, und das wäre sein Grund. Und Johnny lese das auch an, und das ist in 1. Korinther Kapitel 3, der auf der Versch. Keiner kann ein anderer Grund leihen, aus dem, der euch leuchtet ist, dort ist Jesus Christus. Von dem werden wir sein. Wir wollen ein Klima treten gehen, und ich habe von dem, dass ich keine Plotische Übersachung von Menno Siemens in der Brei, was er geschrieben hat. Aber ich will, wir werden von dem treten gehen, nach 1500 Jahren, besonders nach 1500 Jahren, und wir wollen sagen, was lernt Menno Siemens von der Ratung, von Genod, und auch von der Daub. So, wir wollen von dem, wo er, wenn ich würde, ein Tietan, das geht auch online, zu sehen, und wenn ich gerne das Buch finden, kann ich nicht jemanden mit mir machen, was ist ein dickes Buch, aber du sagst, Schrift Menno Siemens, das immer sagt, in der Engelsch, in der Klebe Kirche, wort er wörtlich, lernt von diesen Dingen. So, wir wollen ein Klima treten gehen, und sein Wort, wird der Anfang, von dem Mennernietentum, besonders der Glauben. Und ich glaube, es ist wichtig, wie wir uns Mennernietentum, wir heben nicht Menno Siemens ab, das uns profitieren, wir haben bloß einen Grund, und Mennernietentum wird sagen, er hat bloß einen Grund, aber wir wollen sagen, wo, wo der Anfang wird, und wo Mennernietentum das Verstuhende, was uns Grund ist, sehr wichtig ist, für uns von dem Tag auch. Mennernietentum schreibt, dass von dem, erst der Tag, kommt einfach immer annehmen. Und das ist der Raub, was auch von dem, will uns auch mitteilen, wenn die noch nicht Jesus angenommen haben, und wenn ihr Leben noch nicht an dem Grund steht, von dem, erst der Tag, von dem, erst der Tag, zum Jesus Christus annehmen, von dem, erst der Tag, ankehren, zum Ankehren, von dem, erst der Tag, zum Bussehdern, von dem, erst der Tag, zu Jesus drehen, dass Jesus uns raten kann. Bloß, da wir in Christus sind, haben die Ratung. In der Bibel lebt uns, wir würden gerne viele Forscher abnennen, Reimer, weil wer in Christus ist, ist nicht verloren. Wer in Jesus Christus ist, hat der Ratung, der ist soll ich. Wer aber nicht in Christus ist, in Johannes, Schrift von der, in Johannes, Johannes, Kapitel 5, der 2. Versch, sagt er ganz klar. Wer Christus hat, hat Leben. Wer Christus nicht hat, hat nicht Leben. Ganz einfach, ganz simpel geschrieben. Und dort ist die Lehre, dort ist die Grundlehre, woran wir sagen, unseren ganzen Glauben. Von Anfang hat der Tag gelehrt, und wenn du sieben, es lehrt auch, dort wir sind alle, also Menschen, wir sind alle in Sinn geboren. Du hast keiner, was ütloten ist. Du hast bloß einer, woran in der Sinn Natur geboren war, dort ist Jesus Christus und Jesus Christus allein. Alle Menschen sind zu Sinn geboren, und wild wie Sünder sind, alle von uns haben gesündigt. Und die Bibel lehrt uns, sei er klar, dort sollen wir Sünder sind, kennen nicht, und er wird die Gemeinschaft haben mit Gott. Wir sind verloren. Und meine Siemens lehrt, und wir glauben auch, dort die Bibel lehrt, sei er klar, dort die, wir gestorben, und nach getrennt sind von Gott, wurden ewig getrennt geblieben von Gott. Und sie wurden ewig in der Hall getrennt sind von Gott. Meine Siemens lehrt, und wir glauben auch, dort die Hall, dass der Hall ist gerade so real als der Himmel. Und es ist nicht, wie sein, dort Gott leibhaft, und so, wenn es heil leibhaft ist, als du bist in der Himmel, wenn Gott geracht ist, Gott genetigt ist, Gott herrlich ist, du hast eine Hall. Und jede Person wird die Entscheidung nicht merken, dass, zum Jesus Christus den Abfall annehmen für sich selbst, wird ewig verloren gehen. Wir wollen das ernst nehmen, wenn wir uns selbst durchfingen, und wir noch nicht Jesus angenommen haben, wir wollen uns nicht brauchen verleten, wir wollen uns nicht brauchen anzuschmeeren, wenn wir starfen dann, und wir nicht Jesus Christus angenommen haben, wir waren für ewig hier in der Hall sein. Und unser Freund, unsere Familie, unsere Kinder, wer Jesus nicht annehmen, dann werden wir noch ewig getrennt sein von Gott. So, das ist wichtig, wie das ein vergeblich ist, und wir das persönlich ernst nehmen, von dem ist der Dach, der Raub ist von dem, nehmen Jesus an, so wird wir kennenzulich werden. Menno Siemens lehrt diese Vergebung von Sinn, es bloß der Jesus Christus in Opfer und Krieg. Das ist bloß will Jesus Christus an Sinn und schuld betold an den Krieg. Jesus Christus ist ewig, und er konnte ewig allein betonen, was wir uns verabschieden. Wir haben uns selbst eine große kloppen Sinn schuld abgeschafft. Und Jesus Christus nahm alle dort an sich, und er betolde vor uns, und wann wir dort annehmen wollen, soll wir verjeben für uns sein, und wir gehen ewig frei, so dass wir kein ewig leben haben in Jesus Christus. In der Testament Jesaja schreibt das in der vierte Kapitel, im 25. vor, sagt Jesus das. Und Und das schreibt die wer ihr verjebt, dass er zu sein ist, dass mich zu vertrauen geht, und mich nicht mehr ver. Wenn wir lernen, dass Jesus Christus uns verjeben wird, dann sind wir verjebt, dann sind wir frei für unsere Sinn, und Gott hält nicht mehr für uns. Wieder wird Menno Siemens von Genod, und will sie auch wie Genod verstanden. Ich glaube, es sind ein paar Dinge, die ich erheben von das. Und dort ist das Menno Siemens hordene Predigt, die erhordene Eifel geliehen von Genod. Wir glauben in vierten dort, das kann sein, wenn wir in acht Männer nicht sind, dort meint wir wollen sei dort ütträgen, dort wir machen unsere Seiligkeit verdienen, aber dort ist nicht das Wort, wenn Siemens lebt. In Johannes Kapitel 1, der 12. 13. Versch sagt es das von wer Jesus ist. Ob all die, die am an nehmen und an sie nomen geliebden, jäuf hei die mag Gott sie nicht hing zu warnen. Die sind nicht der blaut oder nicht der Fleische jät verlangen und nicht durch irgendein Mohn sind wellen geboren. Nee, sie sind von Gott geboren. Und was Johannes hier sagt, ist, wie hat ich die Kraft auf, und uns selbst raten. Uns fehlt Gott seine Genut. Uns fehlt Gott seine Haupt. Gott mag was tun für uns, was wir nicht für uns selbst können. Und das ist, wir können unsere eene Sünde nicht betonen. Wir können unsere eene Sünde nicht vergeben. Wir können auch nicht mal Gott sägen, sodass wir empfingen können, ohne dass er sich selbst öppen worden wird. Jesus Christus hat sich selbst nicht öppen zu uns, wir würden ihm nicht tannen. Wenn Gott hat sich nicht öppen zu oder ist ein Lied und an der schreibt sich öppen zu uns, wir würden nicht Gott tannen, das wir nicht tun. Wir würden vielleicht für Gott sägen, wir würden den Nehmut zwingen. Und so Gott in seiner Genut beweist sich, wer er ist, sodass wir sein, wer von unseren Sünden. Ein Ding wird Menno Siemens auch lernen, denn ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns abfraschen daunen daunen, der Genut für Tünger wäre starven in Ere Tünger Jorn. Tünger gehen nicht verloren, weil du hast Genut Ere Tünger. So Menno Siemens Läden die Torg haben über Jorn gelebt, wenn ein Kind starven hat, und er schuldig oder sei schuldig starven hat, Gott in seiner Genut nimmt sein Kind an in der herrlich himmlische Richtung Näm. Und worum das ist, ist dort, Kinder sind noch schuldig und sie wurden nicht schuldig geteilt für die Entscheidung, die sie vielleicht noch nicht sind, wie sie nicht merken. und so wir würden mit Menno Siemens und auch mit Torg über die Jorn stemmen, dass Kinder verstorben werden nicht verloren. Wir wollen lernen, worum das wichtig ist, mit der Ratung. Menschen fragen noch mal an, worum schrift die Bibel nicht von Kinder und dass Kinder gerät worden oder nicht gerät sind. Und das wenn die Bibel geschrieben, besonders im Nied Testament wird geschrieben, die Probleme werden, die nicht klar werden, manche Christen nicht klar werden, und Paul schreibt in den Brief, so dass sie nicht klar sein. Und ein Ding wird nie klar werden, wir haben klar, und dort Kinder werden sterben, die nicht verloren gehen. Das würde nicht viel in der Bibel sein. zweitens wenn sie lebt und wir glauben auch, dass uns fehlt Gott sehen. Jeden denkt, vielleicht Jesus Christus an nehmen, vielleicht sei hier, und Jesus Christus noch nicht. Aber je weiß was ist, dass Gott ihn tragen . sie hat ein verlangen von Gott hat ein verlangen von Jesus Christus seine Erratung zu sägen. Und die Bibel lehrt in Englisch sein, wie das ist ein helping grace. Gott help uns in der Sinne we nicht können zu sägen. Und wieder wir würden noch sagen, dass Gott seine verlangen ist, dass Gott seine verlangen ist, dass jede Person geraten wird. Gott will es nicht, dass irgendeine Person verloren geht. Sie will und wün es, dass jede Person Jesus Christus annehmen und ein Leben haben. Du hast keiner, was büte Jesus Christus nicht genug ist, bloß so was sich wählen dann, dass sie Jesus Christus nicht annehmen werden, die gehen ein ewig verloren. Und warum nehmen wir diese Genote an? In Epheser Kapitel 2, 8, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 13, 13, 14, 15, 22, 21, 21, Wir wollten Busse daunen, wir wollten Amdrehen von dem Weg, wo wir lebend sind, Jungen Christus und Weichwohnung von Gott. Wir wollten von dort wegdrehen und till Gott drehen und in seiner Weg, in seiner Ratung annehmen. Menno Siemens schreibt vierten, er sagt, geht am und nehmt die Eifige Leben an. Und wir sagen, das steht in der Bibel, geht am, dort Busse, annehmen Jesus Christus an. Menno Siemens, seine Verständnis von der Eifige Leben, da wir allmählich, dort eine Person an Jesus Christus können gleifen, ober sich nicht drehen, da von seinem Sinn. So, wenn wir sagen, wir glauben in Gott, wir glauben in Jesus und wir nehmen Jesus an, das meint, dass wir erst dort auf sein, wer wir wären. So, das anmählich, dass wir sagen, ich kann ganz für meine inneren Sünden verlangen und die Welt verlangen leben und auch für Jesus Christus leben. Und Menno Siemens lehrt, und ich glaube, die Bibel lehrt uns auch so klar, wir können nicht zwei Mäste haben. Wir möchten entscheiden, wo wir an sie in der Weg gehen oder wo wir Gott nur folgen. Wieder, Menno Siemens lehrt, und die Bibel lehrt uns, dass wir alle persönlich entscheiden müssen, wo wir Jesus Christus annehmen oder nicht. Dort hast du nicht eine Entscheidung, was die älteren kann merken, dort hast du nicht eine Entscheidung, was die Prediger kann merken, wie man alle persönlich Jesus Christus annehmen. Und wenn du dort, wie alle persönlich Jesus Christus annehmen, dann sei auch noch verloren. Blast du nicht, wer persönlich den Scherer merken, und das ist das nächste Punkt, wo er geboren wird. Von wo kommt die Wahrheit? Die Wahrheit ist in Gott, in der Arbeit, wo er in unser Seil steht, wild wie Gleifen. Dort ist ein Genodens Arbeit. Dort ist Gott, in der bewiesst, wie wir Rat sind. Dort können wir uns nicht selbst verdienen, dort ist bloß Gott seine Arbeit. Und Menno Siemens lehrt, dort der Wahrheit geboren wird, kein wild wie ihr Rat sind. Bloß da, wer ihr Rat sind, sind Wider geworden. Ich denke, was Menno Siemens in der Leeren zeigt, ist dort Menschen, die nicht der Toffe oder der Daub waren geboren. Und das ist, worum hier jungen Kinder dachten wir. Weil Kinder können nicht persönlich entscheiden, zum Jesus Christus annehmen. Und bloß da, wer Jesus Christus angenommen hat, waren Wider geworden. Da kann ich nicht der Toffe, da kann ich nicht der Daub, bloß da, die Entschädung. Und da, wer Wider geworden sind, Menno Siemens lehrt, Ewan Eva, und man dort dann noch ütleben, woran sie die zweite Apersteunung, oder die erste Apersteunung nannteit. Er lehrt, wer in zwei Apersteunungen, in Engels seien wir Resurrections. Die erste ist, wenn wir Wider geworden sind, dort, was jästlich daut ist in uns, wurde abgewacht, dass er nicht jästlich leben kriegt. Die zweite Apersteunung, die jede Person, die in Christus ist, wird kriegen, ist, dass unser Körper auch nie gemerkt wurde. So wir haben zwei Apersteunungen. Wir haben unsere zweite Geburt, unsere dritte Geburt, so zu sein. Die erste ist, wir waren jästlich abgewacht, wenn wir Jesus Christus annehmen. Und dann, wenn wir sterben sind, und Jesus Christus zurückkommen wird, wo wir abgewacht sind, dass unser Seil und auch unser Körper nie ist, so dass wir ein wenig kennen, mit Gott leben im Himmel. So, das sei viel mehr, wo das noch sein wird können, aber wir wollen, wir haben die Tiet, von der Sommers, ich will in Klinik noch reden, von Menno Simon, seine Verständnis, von der Daub, oder in Engelsch, der Baptism. Matthäus, Kapitel 28, 19, und dann, wenn wir uns das wieder haben, das ist, dass Jesus Christus seine letzte Wird zu seinen Jüngern vor er in den Himmel führt. Er sagt, dann geht nun nur die Völker von der Welt und merkt er den Lerjüngern und bleibt er in den Namen von den Vorder, von dem Seen und von den Heiligen Jäsen. Er sagt, er hat alles zu dauern, was ich befallen habe und verloh ihn dort ab, dass er immer beendet bei dem Engel von der Welt. Und, wir werden nicht von Anfang das erfahrt, dass wir sollen die Einfügelchen prädieren, die wir annehmen, sollen sich gelaufen, und die wir getoff sind, sollen wir lernen, was Jesus Christus annehmen. So, das ist, worüber wir verstehen. Das erste ist, die Einfügelchen annehmen. Das zweite ist, die getoff werden. Die getoff werden soll sein, von dem Anfang von den Glauben. Und an dem, sollen Christen das utleben, was Jesus Christus geliert hat. So, das wird Anabaptist, was meint das? Das meint waradaufen, oder waradaufen. So, wo warden ent ist nun gegevt. und der katholische Tag, das ist, wir werden nicht haben, dass die Kinder verloren sterben, sie denken, wenn wir enttaufen würden, dann ist Gott in Not er war da, und dann sind sie weitergeboren, und dann wollen sie okay sein. Und wenn man uns lebt, in der Bibel lebt, sei klar, dass wir sind bloß durch unsere Entscheidung geraten. und der Toffe ist ein Beweis von unserer Ratung. Das ist nicht durch unsere Toffe wo wir geraten wurden. Das ist anmählich, dass wir können durch die Toffe geraten werden, weil die Toffe ist ein Werk, das ist ein Werk, was wir tun und was wir annehmen. Das ist bloß Jesus Christus und uns glaubenden an und dort allein, was uns raten hat. So, wenn wir uns daipen doden, wenn wir die daipen annehmen, oder wir loten uns toffen, was wir meinen dann als das, ich habe Jesus angenommen, dass mein Heiland. Das ist mir bewiesen, dass ich persönlich hat diese Entscheidung gemerkt. Das wird die Toffe meinen das. Und wenn Kinder wie ein oder zwei oder acht oder nicht kann die persönliche Entscheidung merken, dann soll wir nicht toffen. Und dann die werden loht dem Glauben zu haben. Loht Jesus Christus annehmen Dein. Die sollen dann dort bewiesen, was sie angenommen haben, wann sie auch die erste Toffe haben. So für wem ist diese Toffe? Das kann sein, diese Toffe ist bloß für die, wer Jesus Christus angenommen hat, und das persönlich entschät, dass Jesus Christus es noch folgen will. So wenn sie lehrt nie noch und er gleich wie sie es nicht in aller ab nahm, aber wenn eine Person alt genug ist, zu verstehen, was sie getan hat, und sie haben dort angenommen und verstehen, was sie getan haben, dann sollen sich loben toffen. Das ist 13 Jahre, 23 Jahre, wo eine Person die in Schädigung kommen werden, sollen sie sich loben toffen und haben dort bewiesen, dort was sie getan haben. So was auch wieder dann verstehen, dort Anna Baptist meint zwei mal teiten. Ein bisschen klicken wird sein von dem sehr viele Männer die leben, dass wenn wir loben uns für die zweite mal teiten, dort ist ein was Gott nie muss vergeben. Wir müssen abpassen, weil wir das sagen und tun. Wir können uns nicht raten, der Teufel und wir können nicht unsere Ratung verlieren, der Teufel. Und in Kracks in Weich war eine Person nicht raten und die Jünger Gott ist und nicht mehr wir können Jesus Christus annehmen, dann das erste Mal tofen hat vielleicht nicht die Meinung was begleibende wird haben. Das meine ich nicht, dass Menschen nicht bekehrt werden, nicht raten, wenn sich die ersten Mal tofen sollen sich frisch tofen loten. Aber was ich meine ist, dass von seinem Anfang der Anabaptist leiden, dass die Tofe bloß für dich, wer per seinlich Jesus Christus angenommen hat. Und wenn ich lebe das lebe von der Tofe anabaptist lebe ist, dass eine Person nicht lebe ist, wenn wir seien, dass die Tofe bloß versorgen, wer in Christus ist, wer Jesus Christus angenommen hat. Ich will nicht sagen, wenn wir von diesem Thema reden, denn wir reden von der Hand an tofen. Vielleicht leiden sich tofen, wenn sie befrieren, die begonnen oder ammer. Aber ich will noch reden, was noch nicht tofen sind. Und so erfährten wollen Menschen, die glauben, ich will mich befrieren, nicht tofen. Die Befrieren, die Tofe, die sind nicht verbunden. Wenn wir uns tofen looten, wie wissen du mehr, dass wir dann uns verbinden mit Jesus, nicht mit uns Ehepartner. Und so ist nicht dass wir machen uns looten tofen, far uns befrieren looten. Ja, es geht dass wir bewiesen sind, dass die zwei Christen sind, die sich looten tobt treten. Und die Tofe ist bewiesen, dass wir ein Christ sind. Aber wer will abpassen, dass wir nicht die Tofe verbinden mit befrieren. Die zwei tofen, so werden denken wie ich noch nicht auf reit sein. Die Tofe ist bewiesen, dass ihr den Anfang gemerkt hat und dass ihr entscheidet hat, dem Jesus Christus nur feiern. Das ist nicht so sein für der fünfte Klasse oder der zweite Klasse, das ist für die erste Klasse. Wann die Jesus Christus angenommen haben, wenn sie in Jesus Christus nur feiern, dann sei ihr reit dem Gluten tofen. Das ist nicht kompliziert, das ist ganz simpel. Das meint nicht, dass wir einfach können sein, wir sollen das ernst nehmen, aber wer Jesus Christus angenommen hat, soll sich Gluten tofen. So ohne das verlieren viele Anabaptisten. diese Leer und die Tofe und Daub verlieren sei für Männer nicht ihr Leben. Wuram werden sie werlich für diese Leer dort bloß die, wer ihr Tof war der Welt zu glauben, wuram werden sie werlich ihre Leben abgeben für das Glauben. Und dort wird das persönlich entschieden zu den Selbstloten deiten ist ein Beweis von der persönlichen Entschädigung von Jesus Christus nur vorhin. Das ist, der Beweis ist. Und was sie dann deiten ist, sie stunden nicht an, für die Daub zu sein, sie stunden an, von Eiffel Gellium. Belaus Dei, wer Jesus Christus persönlich annehmen dann, wo er hat worden. Und dort ist der Eiffel Gellium, was wir auch wollen veranstalten. Wir wollen das nicht tun, prädigen. Wir wollen alle persönlich annehmen, was Jesus Christus hat für uns. Und Belaus Dei, was hat ihr tun an, hat alle wir leben und nicht verloren gingen. Wer will noch schluten mit den Beden. Leises Christus Dank sein für diese Tid, was wir haben toben. Wir beten von Deos Morris, dass du uns ab mit das. Wir haben es so klar in der Bibel, dass bloß Dei an Christus sein, sein, ihr rat. Und Gott hat viel und viel we , dass wir verlieren , das Eiffelium und diese Leer von der Toffe, die Toffe für dich sind, wer Jesus Christus angenommen hat. Und die Fremde, die wir haben, von fort, von dert, bringt uns, weiblen, was simpel dort ist. Und dort ist, wer in Christus ist, ist gerat, und wer nicht in Christus ist, ist nicht gerat. Und Gott, ich bete euch, dass die uns halten, dass eine Tauk in Licht sein, verdiene ein Vergelium, dass viele Meier können sich bekehren und Jesus Christus leeren tun. Wir beten alle das in Jesus Christus in Nomen. Amen.